Herr Müller, Sie sind der Center Manager des Forum Duisburg und Kooperationspartner des FCR. Die FCR steht am kommenden Wochenende, am Samstag, in Köln zur Titelverteidigung im DB-Pokalfinale. Haben Sie den Frauen des FCR was zu sagen? Aber selbstverständlich. Das Forum Duisburg hat mit diesem Award sozusagen den Oscar der Branche erzielt. Und ich bin mir sicher, dass Ihr auch den Port holt. Ich drücke Euch die Daumen. Toi, toi, toi in Köln!